Wir alle bewegen die große Kette. Und die große Kette bewegt uns. Ja, hier war ich nämlich. Todesstrafe in Rapture. Der Rat ist in Aufruhr. Man befürchtet, dass es zu Ausschreitungen in der Stadt kommt. In solchen Zeiten braucht es eine harte Hand. Den Schmugglern muss das Handwerk gelegt werden. Jeglicher Kontakt zur Oberfläche bringt Rapture ein Stück näher an die Parasiten, vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Hecken! Geht's hin, da nach oben. Und ich muss hier schnell machen, denn wir sind Zeit verschaffen. Und hier muss ich jetzt gleich mal nach oben. Da geht's hoch. Und hoch. Und nochmal hoch. Und jetzt zur Seite. Haben wir hier. Hab ich hier. Mein Gott, wenn ich noch einmal... Wir kommen im Zirkus der Werte. Ne, ich hab noch. Ne, 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 ne. Da spare ich noch mein Geld. Wenn ich noch einmal wir sagt, dann drehe ich euch durch. Was hab ich hier? Hab ich ne... Kaffee? Ach, Kaffee halt! Oder... Trinkt... Gehe ich wieder nach oben. Finde ich gut. Noch ein Film. Was gibt es denn noch? Ah, da oben. Verbandskasten und MG-Patronen, die ich nicht aufnehmen kann, weil ich mal wieder die MG benutzen sollte. Aber ich finde die Schrötze so geil. Und unheilvolle Musik. Ach, da ist ja der letzte Spider-Splicer. Und ein Foto gab's auch noch. Spider-Splicer. Faschungsbonus. Äh, bla bla bla. Können... Ach, ich kann jetzt die Organe praktisch von denen als Verbandskasten nutzen. Ich werde dich werden, Mann! Warte, 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 warte. Erstmal ein Herz nehmen und als... Was war das? Ich hab doch hier was gesehen. Den Tisch! Ich kann die Tische untersuchen. Okay, nur den einen. Ich kann die Organe jetzt tatsächlich verwenden und ich kann doch ne Kamera aufheben. Die hat also auch Fotos gemacht von anderem. Ich hör ne Kamera. Okay, die muss ich wohl zerstören. Der hätte ich aus dem G nehmen können, dann hätte ich mal... Boah, ich dachte gerade, ich hätte die Panzerbrechende Munition dafür verwendet. Und hier habe ich den... guten ionischen Strutt verwendet. Was für ne Verschwendung. Was ist das? M. Untersuchen. Nichts drin. Cool. Pantagen. Brauche ich gerade nicht. Was liegt hier? Ein Film. Noch einer. So. Und ich glaube, ich bin schon in dem Keller... drin gewesen. Was ist denn Arsch? Hat er den da aufgestellt oder hat er ihn zurückgehalten? Egal. Warte. Falsch. Ähm. So. Und jetzt gehörst du mir. Zumindest gleich. Da rüber. Und nach oben. Und nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Und hier nach rechts. Und wir haben 16.36 Uhr. Und ich muss nachher... wieder Piz mit angucken. Zwecks der E3. Werde kommt gerade. Und bis jetzt. Gabs. Warte, ich habe mir irgendwas aufgeschrieben. Genau. Was ich nicht schlecht fand, war auf jeden Fall... äh... Fallout. Aber das war ja schon... Also praktisch. Der Trailer wurde ja schon angekündigt, bevor... Was haben wir hier? Bist du im Kugeln? Äh... Der Trailer wurde ja schon angekündigt, bevor... E3 überhaupt war. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je. Wie blöd kann man eigentlich sein. Hallo. Ähm... Genau. Fallout 4. Werd ich mir holen. Und Let's Play. Wahrscheinlich. Denk ich mal. Dann Star Wars Battlefront. So wie es aussieht holen sich das... Danny. Der Nicky. Der Mark denk ich mal auch. Und ich wahrscheinlich auch. Und... Und was noch? Hallo. Äh... Was war es noch? News for Speed. Genau. Das ist neu. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. So wie es aussieht hat man wieder richtig viele... Die war mein Kind. Such dir ein besseres Versteckmonster. Ich sehe dich. Und Big Daddy. Wieso habe ich die noch nicht... Fotografiert. Bin ich bescheuert? Was? 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 Da ist ja noch einer. Ähm... Ja wie gesagt Star Wars Battlefront werden wir wahrscheinlich dann auch... Let's plane. Zu viert mindestens. Denk ich mal. Also ich denk mal dass er sich der Mark auch holt. Weil der hatte auch schon wie erst gesagt hat... Die von... Äh... Die Battle... Also das Battlefront davor. Zwei war es glaube ich. Ich habe bis jetzt noch keins gespielt aber... Es hat schon nicht schlecht ausgesehen. Und was war es? Ja genau Need for Speed war es auch noch. Ich komme leicht raus. So und die geht es hier lang. Oh shit. Oh shit. Ok. Dings habe ich. Habe ich auch. Habe ich. Panzerbrechend Ich stelle mir alles auf Panzerbrechen Und Sagen Los geht's Oh shit Zeit verschaffen Zeit 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 Und Weg Oh fuck Was Ich will doch nicht Ja Nein Der wollte nicht Der wollte Mr.P wollte mich nicht in Stücke zu reisen Aber weißt du was Kleine Ich rette dich Hallo Ich rette dich Doch 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 Hey wenn ich das sag dann Genau Das Licht Ich wüsste gerne mal wo ein Gatherer's Garden ist Sonst könnte ich ja auch nichts ausgeben Und Wieder wechseln Auf den normalen Schrot Und hier auch wieder Ich glaube ich verwende jetzt mal ein bisschen die MG Ich habe zu viel davon So Was ist mit Monster Aha Irgendwann wo Was für Stimmen Ich glaube ich höre Stimmen Ich höre sie doch Egal Hä Ich bin leicht verwirrt Egal hier geht's So weit ich seh So weit ich weiß So wie ich seh Geht's hier weiter Könne ich da auch mit Nein Kiste Und Kartoffelchips Hätte ich mir ersparen können Nichts Nein gar nichts What give it here Da geht's nach unten Kassette Und ein paar Dollar 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 Und sonst Ach hier war ich ja auch schon Was hat ein Bioshock gerade Kein Motiv erkennbar Dann halt nicht Aber den hole ich mir auf jeden Fall noch Da mache ich noch ein Foto davon Und hier wieder nach oben Hallo Okay Nein ich wollte doch Oh nö Oh ein Verbandskasten Sehr schön So dann geht's jetzt mal Hey Mary Warum hast du so ein trauriges Gesicht Ich mache erst noch ein Foto Es gibt sogar zwei Fotos Forschungsbonus für Nitrosplasser 15% die Chance Das feindliche Granaten Blindgänger sind Und Bots Kann ich da auch fotografieren Ja man Es gibt auch Fotos für Bots Aber der Big Daddy scheint nicht mehr da zu sein Forschungsbonus für Sicherheitsbots Ölter Schaden bloß Sicherheitsbots sind anfällig für Panzerbrechende Munition Und Elektrizität 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 Das bin ich Und auf den Bots hatte ich jetzt keinen Bock Ich muss ja nicht alles hacken So den hier Oh C Rosi Ja Okay Kiste mit Granaten Ohne Granaten Wie immer Und ich habe schon wieder Stütze hier verwendet Die Schrotze Nachladen Wie viele Spritzen Das wird sich in den Armrand Weiß ich auch nicht Na hier gibt es jetzt doch ein Daddy Äh ein Geschenk Mein 211 Hypnotize Big Daddy Und 15 Panzer Äh ne 12 Panzerbrechende Pistolen Glückwunsch Und das klingt wieder so unheilvoll Du hast dein erster Belongen von Tenenbaum für das Retten einer Little Sister Äh Nicht erhalten gefunden Ja und erhalten Neues Plasmid Neues Plasmid Hypnotize Big Daddy Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle Unser neuestes Hypnotize Plasmid wird einen Big Daddy täuschen So dass er sie schützt Als wären sie seine Little Sister Soll ich das mal ausprobieren? Hm Ja instatt Telekinese Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe Er muss sie nur für eine Little Sister halten Dann kämpft er um sie zu schützen Yeah Aber hier ist jetzt nicht direkt ein Big Daddy Egal was kauf ich mir denn Ein Plasmid Schlott Ich glaub mal das geht auf jeden Fall Werden Sie ein Plasmid aus? Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow Vorsicht Feuer breitet sich aus Wieso kam jetzt das? Das wollte ich doch gar nicht Sonic Boom Schleudert Kreaturen und Objekte mit einem gewaltigen Energiestrahl zurück Ein Adam Äh ne ein Ja doch ein Adam Okay Ah Das stellt dann praktisch mein Dings ersetzen Ne Dann lass ich das Winter Blast Lasse deine Gegner an Ort und Stelle festfrieren Schmetter sie in tausend Stücke Wem würde das nicht gefallen? Ich glaub das kauf ich mal Und setze es dann hier rein Anstatt abfacken Beziehungsweise hier Und dann tausche ich das gleich Frieren Sie Ihre Gegner ein Und schlagen Sie sie in tausend Stücke Das mag doch jeder Das gefällt jedem Tempohacker Reduziere die Fließgeschwindigkeit beim Hacken Für 20 Adam Warte Warte Ich kauf jetzt als Ausschuss hier noch ein Eve Upgrade Ja Unten bis zum Teil Upgrade Tempohacker Wo ich nehm alles mit Schotten Alarms Security Expert Das mach ich anstatt dieses Ähm Es gibt's noch Zeuge ein Nee das ist nicht so Nee 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 Lass mal Lass ich so Ähm Okay das sieht interessant aus Okay das sieht interessant aus Okay das geht's